Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Rumbleverse, so jetzt wird wieder die Bude gerockt hier. Wir haben guten Lauf, ich trinke gleich noch mal einen Schluck Tee und dann geht's richtig ab. Gehen wir hier vorne gleich runter, ne? Ja, zwei sind da. Einen habe ich runter. Ist noch einer da? Und weg mit dir. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit versucht. Irgendwie klappt das heute nicht so, wie ich mir das alles vorstelle. Aber kein Problem. Wir haben den Martin dabei. Somoslap? Muss ich halt einmal im Martins Rucksack. Kein Problem. Aber du hättest zumindest ein paar Snacks hier reinlegen können, ne? So, ich hab schon. Ja, ich hab noch... Hier liegt noch super Sumoslap. Händchen habe ich auch was. Ach. Bin gerade maximal doof hier beim Sachen aufnehmen. Können wir auch runter? Ja, ich wäre soweit. Warte mal. Auf der anderen Seite von der Wand hier sind welche. Alter! Der hat mir gegeben. Aha. So. Ach, Mensch. Oh. Ja, Mann. Schon wieder runter. Oder wie schnell können die Leute das denn machen? Ah, das ist so lächerlich. Der Typ leckt hier auch, wie scheiße. Alter, ich bin gleich down. Du musst einmal nicht eingehen. Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab nicht mal... Ich hab nicht mal einen Mikro Millimeter an Leben gehabt. Ich hab einen gedownt. Bin aber selber gerade ziemlich fertig. Geh... Ich geh runter. So ein bisschen. Ach, schade. Hat nicht gereicht. Oh, oh. ich hatte ihn doch schon dauernd du bist jetzt habe ich den anderen gedauert ja holen doch wieder keine ausdauer ich muss in die zone okay ich komme mit ich bin gleich ich bin gleich aus nein 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 die zeit vergessen ich habe die aus den augen verloren doch nicht du bist weg ja ganz schön ja ich habe ich habe gerade ich war so drauf fokussiert weil ich da so vielen leuten das leben schwer gemacht habe da habe ich die zeit komplett aus den augen verloren time is running oder darauf erst mal postkicks aus martins tasche aber heute gehen die leute arbeiten doppel xp wäre bei call of duty weil sie sonst das kennst du eigentlich hauptsächlich nur von cod wenn es doppelt xp gibt dann hast du die ganzen spitze drin hobby losen vor allem oder kann ich dir auch zu gucken ja aber ich kann die kennen nicht drehen nähe schade sonst hätte ich so ein bisschen den rücken decken können da ist ein sterne trank andere an die du bist voll einer superstar modus hinter dir war da gerade verbraucht ist komischerweise nicht angezogen wenn ich andere leute abpacken will natürlich und dennoch mit einem ganz normalen schlagen also nichts besonderes sauber das muss ich mir übrigens auch mal angewöhnen dass wenn ich die auch im boden geschmissen habe dass nur auf springen das verraff ich jedes mal und dann so richtig schön vorgesprungene schön rein in superstar modus die beiden sind team ein horn und der der grad zu dir kam da frisst einer links von dir läuft einfach an dir vorbei ich will keine ärger jetzt den dreck genutzt was macht der typ das ist so ärgerlich wo ist so dropkick der eine springt hoch umdrehen attacke machen der auch weg noch mal noch mal noch mal kann ich nicht wenn er aus da war scheiße habe ich nicht gesehen dann song kokus katze naja genau wasser wasser denk dran dass wenn du ulti machen solltest nicht richtung wasser oh nein oh nein lustigen holst du noch und nachhalt nachhalt ja mega ich weiß gar drei teams hast jetzt noch wenn du dich jetzt ein bisschen außerhalb hältst da liegt noch ein kleines hähnchen rechts links hinter dir hinter die richtung hier da haben wir schon mal tränke full würde ich gerade sagen mega ausdauern so scheiß hoch wenn ich da oben ankommen habe ich ja kommen außer da haben wir noch mal einer verraten warum denn du bist zumindest in der zone jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr den kriegst du da sind die drei einzelne ja nein du hast du hast noch eine chance da ist noch ein büge eisen sonst kolpschläger weiter scheiße das war so knapp ich hätte dir so gegönnt wenn du gewonnen hättest okay also ich habe es maximal zu 98 prozent voll verkackt diese runde martin hat es aber wirklich noch ziemlich gewonnen zweiter geworden immerhin alleine gegen news respekt keine leistung wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin macht's gut tschau tschüss 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 tschüss